das ist echt unglaublich so zwischen uns weiter vorkämpfen da ist eine looting truhe da geht es runter da geht es runter hier geht es weiter alter viele ich habe es gerne mit ja nicht viel erstmal den gang runter der war zum gefällt mir das gefällt mir super ich gleich mal anbauen wobei ich keine tränke braun kann von da bringen ja die netten netherwarzen auch nicht viel alter da geht es auch noch runter hier ist auch nichts gut die festung ist doch ein bisschen größer als ich gedacht habe aber schön ist sie gefällt mir so wo wir ziehen das nah war das noch ein nächster gang da muss ich rein hier geht es wieder treppe hoch oder hier geht es hier in so hallo ach so dann geht es hier wieder treppe hoch ja okay hier waren wir ja eben schon okay alter gut hier wird es wieder interessant du kleiner magma schleimler ich sehe niemanden erst mal nicht wo diamanten für neues diamantschwert würde sich lohnen nächste tour lohnt sich geil na du so mal gucken hoch jetzt kann sie nichts mehr sagen großkotziges mistvieh hier oben ist nichts weiter aber hier hinten hier hinten ist noch mehr das weiß ich ich würde einfach mal glauben über unseren köpfen hier geht es doch weiter runter alter so waren wir hier nicht eva mann da sieht man ich verirr mich auch schon einen kleinen burgen klein festungen aber im großen und ganzen haben wir sie durch die festung jetzt noch mal nach oben zur lohe in den turm rein bin ich doch wieder hier und die gäste hatten wir schon nachher gut dann hat sich das hier mit diesem teil auch schönheit aller schwarzheiten also schönheit also besser schon oder was sind wir denn jetzt oder alter kommen wir sehr effekt hör auf alter ich habe gedacht ja gut hier waren wir schon mal guck noch mal kurz in die kreis auf du scheißvieh ich habe es nicht gerade einfach kommt gleich die nächste ok ok ganz ruhig wenn es ruhig ganz ruhig ganz ruhig ganz ruhig die burg geht doch noch weiter geil da kommt will ich auf wir haben nur noch ein pfeil richtig wir haben pferder rüstung gut haben wir haben alles rausgenommen ich kann ihm hoch ja super so ist aber hier auch noch so ein kleiner teil das nehme ich hier gerne noch mal mit und draußen irgendwo hinter diesen gittern teilen verbirgt sich noch jemand sowohl wir sind wir jetzt warte fack warte fack warum hey die schönheit aller schönheiten ich hab das gefühl dass es ein paar zu viele werden wo kam die her wo kommen die her hör auf hör auf hör auf hör auf scheiße 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 wir werden wir werden sterben wir werden sterben sowas von nein ok ok ganz ruhig ganz ruhig wo sind draußen sie können doch vielleicht irgendwelche sein ich rechne aber noch mit mehr also ich merke dass da noch ein paar mehr lohnen sind das ist das ist gerade tut mir leid anspannung pur ich schwitze mich hier auch hier zum tode aber nur weil die sonne ja war so heftig rein scheint so wieder die hälfte wir haben jetzt wieder die hälfte von leben das ist auf jeden fall schon mal was ähm cola haben wir wir haben eben keine stöcke oder so wo wir uns jetzt fackeln machen können wo wir den weg bleiben müssen markieren ne weil wir müssen ja auch noch irgendwie zurückfinden ne also irgendwie müssen wir es die Luft ist rein die Luft ist rein die Luft ist auch rein hey okay bei der sag ich schau einfach nur aus prinzip hey wow hey hast zu langsam reagiert aber hast mich trotzdem getroffen so wo geht's hier hin hä die doch ich hab die doch genommen ne hier geht's auch nicht weiter gut ja boah da ist schon wieder eine neue zwei alter na hier du bist auch da ja gut scheiße was was irgendjemand feuert er noch du nicht du bist auf meiner seite gut okay da oben ist alter die scheiße scheiße alter oh gott immer der gleiche Fehler nein nein ich muss uns nether ich muss uns nether unsere sachen scheiße unsere ganzen gefarmten sachen die musik passt die musik passt gerade tut mir leid muss ich trotzdem alter nein fuck dich hoch erstmal ja erstmal ja komm hier generiere generiere das nether los generiert eigentlich das nether ja ist gut ja ist gut das nether generieren ist das so schwer verlangt ja gut okay so ja jetzt komm funktioniert wieder aber so ebenso gut funktioniert gut okay da müssen wir jetzt ohne alles rein ich weiß nicht ob wir das schaffen werden da bin ich echt sehr pessimistisch aber scheiße ey komm nicht du schon zum anfang ciao müssen irgendwie rein ja komm hier ciao du auch hau ab hau ab scheiße ey so wird's doch nie was rechts ne ich muss nur meine Sachen wieder ich weiß gar nicht wie weit ich mir gelaufen bin hier ist alles tot würde es was ausmachen wenn wir ganz kurz auf ich hab da mir ja keine Prioritäten gesetzt also von daher können wir jetzt von mir aus auch kurzzeitig die Monster ausmachen einfach nur damit wir unsere Sachen wieder haben das mach ich jetzt einfach mal wenn ihr was dagegen habt schreibt es mal in die Kommentare es ging ja schneller als erwartet ganz ehrlich noch was drin ne so sortiert wie noch nie und jetzt kann von mir von mir wieder alles an so hier oben waren wir schon ne aber tatsächlich wäre es glaube ich mir so sicherer jetzt langsam den Heimweg wieder anzutrampeln hier waren wir schon gut was will geht's noch weiter runter aber ganz ehrlich das können wir mal wann anders machen von mir aus haben wir unser Brot da wir müssen jetzt erst mal wieder hier aus dem Irrenhaus raus wir gehen erst mal wieder aus dem Nether raus war schön hier wir haben die Festung durch durchforstet und durchsucht oh alter alter ist kalter Schauder über den Rücken das ist unglaublich so wann ist der Wiese-Effekt jetzt dauert ein klein bisschen aber so schick ich so gehe ich nicht noch mal raus oder doch du bist auf meiner Seite ne Piggy Piggy der Zombie-Pigman will mal hoffen so die müssen wir da hinten jetzt nicht mitnehmen du nicht nö so ich würde mal sagen die Festung haben wir erfolgreich durchforstet mit einmal tot ja gut passieren ich dachte aber ich glaube ich habe mich ganz gut geschlagen dann geht es wieder zurück in die Reale nein fuck was was bin ich zu weit gelassen das ist jetzt nicht wahr oder man scheiße ey bitte waren da jetzt keine wertvollen Sachen in der Lava also Rüstung oder sowas bin ich okay so jetzt komm ach ja muss er wieder generieren oh man dauert einen kleinen Moment dauert einen kleinen Moment ich könnte mich umbringen manchmal scheiße Alpenherzen gewonnen natürlich wir haben die Lohnstäbe nicht mehr die Neterwarzen haben wir ach doch hier liegt noch so ach hier sind die Lohnstäbe ich weiß aber dass da was in die Lava gefallen ist das weiß ich hoffentlich waren es dann nur noch Blöcke Blöcke oder sowas ja ich merke dass da was nicht fehlt dass da was fehlt das sieht ähm ja ich frage mich gerade was fehlt ja goldene Pferderüstung fehlt aber das macht ja nichts gut okay haben wir jetzt mal eine Pferderüstung weniger aber das ist jetzt auch nicht so schlimm finden ganz schnell wieder einen neuen Dungeon naja ich baue mich jetzt einfach mal sinkrecht nach oben alter ich werde das ich werde das Portal schützen ich werde es jetzt einfach mal schützen so ähm wie kommen wir da jetzt an das ist jetzt die Frage so 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 nochmal ein Brot essen und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder in der normalen Welt